Ich bin sehr stolz auf die CESI-Familie, der es mit dem Präsidium, mit dem Board, mit der Geschäftsstelle, mit allen Berufsräten, Fachkommission gelungen ist, der EU-Kommission zu sensibilisieren, das Projekt Pulse aufzusetzen. Das heißt, dass wir die nächsten zwei Jahre innerhalb dieses Projektraums viel Zeit haben, uns auf Entdeckungsreise zu begeben, um für den öffentlichen Dienst Europas fit zu werden, sodass es die Bürgerinnen und Bürger Europas auch zu spüren bekommen. Das ist enorm wichtig, denn nur mit motiviertem Personal innerhalb des öffentlichen Dienstes können wir das auch reflektieren auf die Bürgerinnen und Bürger und tragen dazu mit bei, dass wir die Demokratie stärken in unserem gemeinsamen Europa.